Willkommen beim nächsten Part von dem Minecraft Let's Play von Prodigy Killer 1. Ich muss euch da eine dumme Geschichte erzählen. Und übrigens, Dungeon Quest ist unfair. Ich habe so, irgendwie eine Stunde lang diese Höhle erforscht, richtig spannend mit guter Musik und allem. Gut moderiert und so weiter. Und dann fängt mir auf, Fraps hat nicht aufgenommen. Diese ganze Scheiße umsonst. Habe ich jetzt mich erstmal aufgeregt. Ist ja verständlich, oder? Und dann habe ich mir so überlegt, ich kann das ja nicht nochmal aufnehmen. Ich habe jetzt kann das alles wieder so, ich sag mal, zurückzubauen oder so. Dann habe ich einen Kumpel gefragt, der meinte, dass ich das am besten so machen sollte. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das einfach alles erzählen, wie das war. Also jetzt so grob. Und dann nehmen wir weiter Parts auf. Also wir haben so einen Höhenabschnitt gefunden, sind da so reingelatscht, haben erstmal ein bisschen Kohle abgebaut und so. Dann haben wir da dreimal Gold gesehen, haben das abgebaut. So eine Stelle gefunden, wo das perfekte Plätzchen für einen Unterschlupf war. Dann gehe ich da so hin. Auf einmal greift mich da ein Skelett an und ich wusste nicht, woher das kam. Das habe ich dann aber auch herausgefunden und dann war alles gut. Dann war da so ein tiefes Loch vor dem Versteck. Dachte so, das muss ich noch zumachen. Denke so, oh, da geht es ja noch weiter. Geht er so runter? Guckt er so, auf einmal hat es dann ein Skelett. Ich dachte so, jetzt kommt erstmal so ein richtig geiler Fight. Kämpft so gegen das Skelett. Und auf einmal knallt es mich ab. Ich knall es ab. Ich lasse so lange auf einmal Tochter einen Creeper auf. Der explodiert, weil ich es nicht hingekriegt habe, den umzubringen. Dann drehe ich mich um und baue erstmal die Kohle ab. Und dann ist auf einmal noch einer. Den konnte ich zum Glück noch töten. Dann bin ich so weiter reingegangen. Habe die ganze Zeit so über Fresh Dumbledore und so gelabert. So von der coolen Musik und so. Aber das werde ich einfach alles nochmal wiederholen. Soweit haben wir ziemlich viel erforscht. Das ging ungefähr eine Stunde lang. Und ja, das regt mich jetzt eben auf, dass das alles nicht aufgenommen wurde. Soviel dazu. Wir nehmen einen Short auf. Ja, einen Short aus dem Grund, weil das gerade so ein bisschen lackig ist. Wir nehmen einen Moody auf. Und ja. Jetzt sind wir an einer Stelle stehen geblieben, aber die ist jetzt nicht so sonderlich spannend. Da war glaube ich gerade noch Eisen oder so. Hier sind wir auch gleich. Das Texture Pack ist nicht so gut, finde ich eigentlich, für Höhnerforschungen. Und ich glaube, das lackt auch ein wenig. Da nehme ich lieber doch die Originaltextur. Die ist eben schön klassisch und man kann dabei gut zocken. So, jetzt geht's dann mal los, ne? Ich glaube, dass hier gleich ein Creeper auftaucht. Hier dazu. Wir haben ganz schön viele Ressourcen gesammelt. Und ich habe ein paar Umfragen gemacht, an die ich mich nicht erinnern kann. Was sehr schade ist, weil ich das unbedingt wissen wollte. Ich glaube, es ging darum, was guckt ihr denn für Let's Plays? So, außerhalb meinem, meinem oder von wem und sowas. So, zum Thema, was guckt ihr noch so für YouTuber? Zum Beispiel Aipelali. Der hatte ja auch mal so einen Let's Play Kanal. Alligator1024. Also, ich finde, der Kanal war echt gut. Und ich kann ihn auch nur weiterempfehlen. Der macht zwar keine Let's Play mehr, aber... Könnt ihr euch die Part schon noch angucken. Da gibt es so epische Fails. Ich habe gestern erst so ein Video gesehen von Sunshine. Aber das will ich nicht weiter erläutern, weil ihr euren Spaß dann haben seid. Ich will euch jetzt nicht die Spannung versauen oder so. Guckt euch das einfach mal an. Das lohnt sich. Näh. Total. Wie sollen wir das jetzt packen? Moment, dann nehme ich mal Gravel. Vorher runter. Und dann... Hat sich das erledigt. Bei mir kommt die Musik gerade voll laut rüber, weil ich das gerade eben auf einer hohen Lautstärke habe. Weil ich das bei mir sonst so... Toll, jetzt ist mein Gravel gerade. Gerade jetzt! Egal, nämlich, ich koppel dies. Komm da nicht ran, war ja klar. Und dann mache ich das auch noch mal so. Ja, so geht's. Ich werde mich jetzt mal verziehen. Das sieht ein bisschen zu gefährlich aus. Oh, Lacktas. Das muss doch einen Grund haben. Ach, genau das hier habe ich noch so auf eine gewisse Stärke gestellt. Den, ich sag dazu mal, Craig Modus. Auch wenn das FOV ist. Und wahrscheinlich hakt es, weil ich gerade aufnehme. Na gut, das ist auch wieder gut, dass es hakt, weil es zeigt, dass ich aufnehme. Und diesmal nicht umsonst die ganze Zeit irgendein Scheiß-Laber. Wenn ich sonst nicht labern würde. Ich glaube, wir müssen gleich noch mal hoch, um mal ein paar Fackeln zur Kraft... äh, ein bisschen Holz zu holen. Das wäre zwar blöd, aber es geht nicht anders. Stirb. Ah, sieht interessant hier aus. Okay. War der nicht gerade noch... genau. Fett. Ah! Oh Gott. Ich bin so schreckhaft. Das tut mir jetzt echt leid, wenn ihr euch erschrocken habt. Oh, da kommt noch einer. Komm her. Ich mache euch fertig, ihr Penner. Ein paar Gammelfleisch. Das sollte man nicht unbedingt kaufen bei... Das weiß ich, bei Edeka. Gab es nicht damals so eine, ähm, Trademark, weil überall Gammelfleisch herrschte? So von wegen so ein, so ein, ähm, äh, wie nennt sich das? Eine Garantie-Marke für so ein auf... Oh, kein Gammelfleisch oder so. Ich kann mich gar nicht gut ausdrücken, es tut mir leid. Ich bin auch gerade ein bisschen rasch, in rasch... Da oben ist Wasser. Was passiert, wenn ich da jetzt, sagen wir mal... Das kann ich ja... Oh, das sieht sehr gefährlich aus. Soll ich es wagen? Ja, warum... Was soll der Geiz? Aber nicht, dass ich da auf einmal in die Luft fliege, da oben. Hilfe. Bin ich. Hilfe. Ist das nicht spannend? Also, mich würde es ja jetzt nicht wundern, wenn ich auf einmal runtergeschubst werde von so einem Fickvieh. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, was für ein Fickvieh, aber trotzdem. Nein, 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 nein. Aber gut, ihr könnt ja sowieso nicht... Könnt ja sowieso nicht diese Welt neu generieren. Ihr habt ja nicht mehr die... Alte Version von Minecraft, also auch die gelitten. Hallo? Oh, hier war ich ja schon. Das erleichtert mir ein bisschen diese Angst. Kann man sich nur etwas Gruseliges ausdenken. Ja, ich rede von Minecraft und nicht von irgendwas anderem. Kohle? Da haben wir Kohle. Oh, ich zuck mal auf. Zack, lieber mal auf Tiny, damit das nicht so doll lacht. Es tut mir jetzt leid, dass wir auf Tiny zocken, aber... Hä? Short? Zocken wir jetzt mal auf Tiny. Und da kommen Geräusche wie die, die ich in meinem Unterricht mache. Scherz. Hier lauert irgendwo ein Creperman. Äh, ein Zomberman. Das ist irgendwo so ein Peter. Aua. Da hin. Da hier, ich glaub, ich schlieb. Äh, hatte ich eh nicht eben noch. Ach nee, stimmt ja gar nicht. Also ich sollte echt mal auf...